Ich bin jetzt der Verteidigung. Schau, du weißt ja nicht. Ebenspieler, Ebenspieler, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Okay, nächstes Pärchen rein, schneller wechseln. Okay, Positionen, ich bin jetzt der Verteidiger. Schau, du hast den hier, er geht den Weg nach vorne, dann setzt dich vorher nach hinten ab. Und dann kommt der Chippa und dann bist du vier Meter weg. Oh, ganz stark, guter Ball von außen. Guter Laufweg vorne, im richtigen Moment rein, vor ihm gewesen. Wenn er kurz kommt, machst du ihn da rein. Aber der Laufweg war ideal. Gutes Timing, gutes Kampel. Und ihr startet schon. Okay. Das ist ein Gegenspieler. Hey Leute, Action. Gegenspieler sind, Gegenspieler sind, Gegenspieler sind, Gegenspieler sind. Gegenspieler sind, Gegenspieler sind, Gegenspieler sind. Hey. Da, von der Seite. Hey Leute, auf und bemerksam. Gegenspieler, Gegenspieler, dran sein. Gut so. Okay. Andere Seite. Rücken wir das Rückbauten? Das ist okay. Jetzt macht dieser Pusse. Jetzt Gegenspieler sind. Gegenspieler sind, Gegenspieler sind, Gegenspieler sind. Bleibt von dem Gegenspieler dran. Gegenspieler, Gegenspieler. Drangla, Drangla, Drangla. Ach Publikum. Drangla, Drangla. Allzeit Abo. Judukan. Vem, we müssen abonnesen, deutschlandalam. D räk knowsem им tun. Vem, ich bin auf und subscriber zum Erzählen. Ich bin leicht. bin. Und fünf. Bis zum nächsten Mal.